Die Küche ist eingebaut, Pixi hält den Laden auf Trab und die ersten Gäste sind auch schon im Anmarsch, wie wir gesehen haben. Ja, und heute geht's natürlich wieder weiter an unserem Hotel-Overhaul. Und damit herzlich willkommen bei... Steine im Weltall! Wir sind wieder am Lieblingsfarbeimer, nämlich an den Farben Dark Turquoise und... Leim! Ja, und wir bauen heute Leckerschmecker ein Restaurant, weil wenn man schon eine geile Küche gebaut hat, dann muss natürlich auch ein Restaurant kommen. Wie immer, wir versuchen die Fassade aufzulockern, dass sie nicht zu langweilig wirkt. Und ergo, wir haben mit ganz vielen Brackets gearbeitet, um eben ein wenig Struktur an die Außenfassade ranzubekommen. Auch hier seht ihr schon wieder ganz viele Jumperplates, das heißt, es werden wieder Fenster versetzt. Ja, und natürlich muss wieder ein Boden eingezogen werden, weil man muss ja auch auf irgendwas bauen. Und wir werden natürlich ordentlich für Fensterfronten sorgen, weil wenn man im Restaurant sitzt... Ja, dann will man Ausblick und Licht natürlich. Genau. Ausblick ist ein gutes Thema. Es gibt in Hamburg ein Restaurant, das Fischereihafen-Restaurant, das ganz in der Nähe vom Hafen liegt, wo man super rausgucken kann. Und hey, ihr wisst ja, das Hotel steht direkt an der Monorail-Strecke. Ja, und da passt es doch. Licht hat Kalla angesprochen, auch ein gutes Stichwort. Auch hier haben wir wieder unseren Boden mit Transparent gebaut. Und schon das erste Mal hör, weil... Ja, unser Küchenjunge hat die Kekse verloren. Und einmal quer über das Restaurant verteilt. Die Gäste sind entsetzt. Die Chefin ist entsetzt. Und ja, zum Glück, einer hat noch einen Keks bekommen. Die Dame hin und dresen. Ja, die ist ein bisschen verkniffen. Und gut, bei dem hier mit dem VU-Meter, da sieht man gar nicht so wirklich, was der eigentlich gerade anguckt. Ja gut, Dekoration muss natürlich rein. Das war das Blümchen, was ihr gerade gesehen habt. Und wir wackeln mal kurz über das Restaurant. Ihr seht schon, da sind am Hintergrund Drucke aus dem Lucky Hotpot von Human mit verbaut. Es sind ein paar Kunstdrucke an der Wand. Denn wir haben hier quasi eine Mini-Variante von einem Lucky Hotpot. Wir haben die Drucke noch übrig, schon eine ganze Weile haben wir sie eingebaut. Ja, macht sich gut an der Wand. Ja, und natürlich auch da hinten, dass die Wand hier nicht zu langweilig ist. Eine kleine Pinnwand. Aus dem Boutique Hotel ist die, glaube ich, die Restaurantliste. Santa ist gut geil, ist die, ihr erinnert euch. Ja. Wir machen aber ein bisschen sportlich weiter. Wir haben uns ja überlegt, was machen wir noch rein ins Hotel. Im letzten Hotel war ein Spa-Bereich. Hier haben wir uns überlegt, bauen wir doch ein Dojo ein. Bewegung, Sport, immer gut. Genau, immer gut gehört ja auch mal ein bisschen in den Hotel rein. Wir haben auch hier wieder versucht, die Fassade ein bisschen aufzulockern mit einem Streifen Leim. Auch hier wieder ordentlich Fensterfront. Nicht ganz so viel Fensterfront nach hinten, denn wir müssen ja auch Gerätschaften einbringen. Und Dojo, ihr wisst ja... Das klingt nach Ninjago. Ja, genau, Ninjago. So, wir bauen erstmal einen Boden und gucken auch, dass wir ein paar Bodenmatten verlegen. Hier in Nougat und in Dark Tan, das sollen quasi die Bodenmatten sein, wo sich die Kontrahenten dann später drauf duellieren können. Das sind nicht ganz so hart stürzen. Rundrum natürlich ein Rahmen aus. Dark Turquoise, dann Regale, wo die verschiedenen Waffen aus der Ninjago-Reihe dran sind. Und ihr wisst ja, wir sind still unheimliche Ninjago-Fans und Parten, die setzen unglaublich gerne aus und haben Dutzende Ninjago-Sperter, Katanas und natürlich auch nur aus der Cyber-Serie diese tollen Lebensbalken hier hinten. Deshalb ergibt es sich sehr schön, dass wir sie jetzt endlich mal verwenden können und zeigen können. Genau, hier hinten die Schilder sollen quasi die Punkte darstellen von unseren Kontrahenten und hier vorne ist auch schon ein Kampf zu Gange. Wir haben Nia, Cole, Sora, Sane in verschiedenen Ausführungen hier stehen, die einem Kampf zugucken. Master Wu trainiert fleißig natürlich unsere Ninjars. Und ja, naja gut, wir sind ja auf einer Space-Welt. Das heißt, es sind natürlich nicht die Ninjas aus der Ninjago-Serie, sind nur die Figuren davon. Es sind einfach hier Leute, die trainieren, die Sport machen und die sich hier duellieren und üben. Und das soll jetzt quasi in unserem Hotel eine weitere Szene sein. Und natürlich wird das Ganze beleuchtet. Ja, genau, Licht haben wir noch gar nicht wirklich drüber gesprochen. Kurz eine kleine Werbung am Rande. Der liebe MJ von MJ's Bricks sorgt natürlich auch hier wieder bei unserem Mock für die Beleuchtung. Wir haben wundervolle 1x1 Roundplates mit Licht drin. Wir haben Weiß verwendet bei dem Mock, aber wir haben noch welche in Blau, Grün, Rot etc. da. Und auch noch mehrere Hubs. Das heißt, ihr werdet in der nächsten Zeit öfters noch was davon sehen. Und so sieht bisher das jetzt aus, was wir beleuchtet haben. Nämlich eben, wie gesagt, unten die Lobby, die Küche, das Restaurant und das Dojo. Das macht sich schon recht gut und wollten wir euch mal ganz kurz zeigen. Und jetzt fangen wir mal ganz kurz an, uns ein bisschen zu streiten. Und zwar, die Kala fing schon damit an. Oh, muss das jetzt sein? Ich mag doch das Hotel. Oh, nein, nein, das darf nicht weg. Das bleibt da. Ja, und das ist jetzt die große Frage. Kommt das Hotel wirklich weg oder bauen wir es doch ganz woanders hin? Denn, ja, wie üblich, die große Streitfrage. Passen würde das Ganze, was wir konstruieren, hier hinten an das bisherige Hotel ran? Da auch, wenn jetzt noch das Stargate dran hängt, das wäre alles kein Thema vom Platz. Und jetzt ist die Frage, wo wollen wir es denn stattdessen hinbauen? Wir springen nochmal von unserem Ray Castaway runter. Ja. Da sehe ich eine ganz tolle Stelle. Guck mal, da vor dem Tunnel, da ist noch so schön Platz und die Wand ist so weiß. Was hältst du davon? Lassen wir das alte Hotel stehen. Sieht super aus. Wir machen es an die neue Stelle. Aber das alte Hotel ist weiß. Ja. Wir werden heute definitiv uns nicht einig, wo es hinkommt. Aber wir wissen, in der nächsten Folge muss noch ein Stockwerk drauf. Weil egal, was jetzt, wo es hinkommt. Irgendwo muss jemand wohnen. Und es müssen ja noch Zimmer ran, genau. Und das werden wir dann definitiv in der nächsten Folge machen. Auch noch ein bisschen Fassadenverkleidung. Und dann noch einen kleinen Ausblick auf eine weitere Folge in der Zukunft. Wir werden uns nochmal mit etwas Zug-Content beschäftigen. Da habe ich mit Keksi eine kleine Idee ausgearbeitet. Seid gespannt, was da kommt. Jetzt sage ich aber wieder, danke fürs Zusehen. Links bzw. rechts. Auf der einen Seite habt ihr noch mal tolle Videos. Wir sagen Tschüss, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei... Stein im Weltall. Tschüss. Ciao.